Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, Freunde. Wir sind jetzt bei Rose. Wir sind in der zweiten Folge von DS2023. 20 Jahre DSDS. Geiler geht es nicht. Deswegen hat dies nur kurz. Wir schalten jetzt mal rein. Lasst die besprechen und die Glocke betätigen. Los geht's. Ja, das muss man sagen, können sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte eher, dass sie rappt. Aber sie kann krass singen, muss ich dazu sagen. Sieht auch fantastisch aus. Wir schauen weiter. Man kann sagen, Hammerstimme, Rallery. Richtig gut gesungen. Also sie gefällt mir definitiv. Ich bin gespannt natürlich, wie weit es für sie geht. Diesen Kanal natürlich abonnieren, wir abonnieren, wir abonnieren. Wir abonnieren, dass du alle Infos dazu zu DS2023 bekommst. Und wir sehen uns natürlich Samstag zur nächsten Folge wieder. Bis dann.